Hallo, hallo! Na, auf die Sekunde genau, 19 Uhr. Man sagt ja, ich bin der pünktlichste Singer-Songwriter Deutschlands, das finde ich wahrscheinlich auch der pünktlichste Streamer Deutschlands. Hallo, hallo! Oh, guck mal, hier, jemand hat schon, Bianca hat schon eine Vinyl gekauft. Before we leave, das fängt ja gut an. Herrlich. Wie geht's euch denn? Ich fühle mich so winterlich heute. Irgendwie winterlich. Mal ein wunderschöner Tag da draußen gewesen. In Hamburg hat sogar die Sonne geschienen, mit wahnsinnig viel Schnee. Aber es ist irgendwie ganz schön winterlich, ganz schön dunkel da draußen jetzt. Aber ich habe es mir hier ganz gemütlich gemacht. Da hinten ist auch Lola. Guck mal, Lola, sag doch mal Hallo. Da hinten liegt Lola. Und ich habe mir auch Spekulatius mitgebracht. Guck mal hier. Spekulatius. Ich habe genügend Getränke dabei. Viva con aqua Wasser. Und hier ist es doch eigentlich auch sehr gemütlich. Und ich habe ein schönes Buch mitgebracht, von dem ich nachher ein wenig erzählen möchte. Gerade reingekommen. Wunder, wunderschön. Und ein paar Songs habe ich auch dabei. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Dirk's Saturday Songs. Hier die vorweihnachtliche Edition sozusagen. Guck mal, winterlich. Hier liegt meterweise Schnee. V.D.L. Hier aber auch. Wo bist du denn? Nicht in Norddeutschland. Norddeutschland, ne? Aber hier liegt eigentlich erstaunlich viel Schnee für Norddeutschland. Ich weiß gar nicht, was los ist. So früh auch. Okay, ich fange mal heute an mit einem Song von der Between Wake and Sleep. Von dem Album. Titelsong. Me and Cassidy. Und gestern war ich im Garten um Mitternacht. Und hatte mein Handy angehört und ein bisschen Musik. Und da kam dieser Titel sozusagen im Shuffle-Modus. Lange nicht mehr gehört. Und ich dachte, ich spiele die mal heute. Between Wake and Sleep. Ich glaube, von 2003 haben Lars und ich das aufgenommen. In seinem alten Proberaum. In Lüneburg mit Carsten Böttcher an den Reglern. Ach, das waren herrliche Zeiten. Untertitelung. 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 Between Wake and Sleep. Untertitelung. Schöner Song. Schon so lange her. 2003. Wahnsinn. Das war ein schöner Proberaum. Direkt an der Straße gelegen. Falls jemand mal reinhören möchte in die Platte. Man hört immer meinen Hund Eddie. Sozusagen der Vorgänger hier von Lola. Bellen. Weil immer wenn draußen ist. Lag direkt an der Straße eben dieses Studio. Oder dieser Proberaum, den wir als Studio sozusagen benutzt haben. Lag direkt an der Straße. Und Eddie, mein Hund, war immer total ruhig und entspannt nur, wenn jemand vorbeispazierte. Dann fing er an zu bellen. Und alle sechs, sieben Minuten spazierte natürlich draußen jemand vorbei. Und so gibt es immer dieses Gebelle. Und das ist auf ganz vielen Songs drauf. Besonders, besonders schön finde ich es auf My Girl in Paris, glaube ich. Das haben wir auch dort aufgenommen. Könnt ihr ja mal reinhören da. Weil da bellt Eddie auch so schön. Genau im Takt. Das war echt ganz gut. Okay. Heute Morgen schrieb mir Silke, ob ich nicht mal folgenden Titel spielen könnte. 1987. 1987. Woo! 1987. Vom Circus Head Album. Muss ich mir erstmal wieder raushören, aber es ist nicht so wahnsinnig schwer, weil es sind original zwei Akkorde. Aber ich versuche das mal zusammenzuschrauben. 1987. 1987. 1987. 100% 1. 25% Euro. 90% 16% Das ist das. Die Wunschungluge- Die Wunschungluge- Die Wunschungluge- Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Here comes 1988 There goes 1989 And again you're swept away in another lost charade That was 1987 Here comes 1988 There goes 1989 And again you're swept away in another year's parade Oh 1987 That was 1987 Oh yeah Oh oh That was 1987 87 That was 1988 Keine Ahnung, wie ich das jetzt aufhören soll Ah Okay, 1987 Oh, Silke Hat mir gerade The world's largest ball of twine gekauft Wow, okay Don't know what that is But it sounds good Silke, der war für dich, ne? Silke 1987 Extra drauf geschafft Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen umstimmen Ich hab nämlich die Tage Ich war sehr fleißig Ich war sehr fleißig Und hab die nächste Covers-Platte komplett gemixt Jeder draußen wisst ja, was das ist Ich mach hier mal meine Cover-Version für die Sounds like Dirk-Radio-Sendung Einmal im Monat Bei Bremen 2 Ist auch bald Bald wieder die nächste Und für die Sendung Nimm ich ja immer Cover-Version auf Weil ich das sowieso gerne tue Was gibt's Schöneres Als Als Cover-Version Als Songs von anderen Menschen Tolle Songs aufzunehmen Es gibt nichts Besseres Im Leben Und Immer wenn Genügend fertig sind Dann mach ich eine kleine CD da draus Ihr kennt das ja auch schön Hand gemacht Und ich hab gerade die Es sind 13 Stücke Alle jetzt fertig gemixt Ein paar hattet ihr vielleicht schon gehört Zum Beispiel Longest Days Aber hier ist ein Stück Was ich Was auch bei meiner nächsten Sounds like Dirk-Radio-Sendung gespielt wird Am 15. Dezember Und ist eben dann auf dieser Auf der Covers-Version CD mit drauf Ist Ein Stück heißt Hackensack Hackensack ist ein ganz besonderer Ort für mich Erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr zu Von Fountains of Wayne Dem großartigen Adam Schlesinger Und ich versuche das mal so weit zusammen zu bekommen Ich hab das auch noch nie live gespielt Und mal sehen, ob ich mich an alle Textzahlen erinnern kann I used to know you when we were young You were in all my dreams We sat together in period I'll be here for you As long as I need to And if you ever get back to Hackensack I'll be here for you I'll be here for you I used to work in a record store Now I work for my dad Scraping the paint off of hardwood floors The hours The hours are pretty bad Sometimes I wonder where you are Probably in L.A. That seems to be where everybody else ends up these days But I will wait for you But I will wait for you As long as I need to And if you ever get back to Hackensack I'll be here for you So I will wait for you As long as I need to As long as I need to And if you ever get back to Hackensack I'll be here for you And if you ever get back to Hackensack I'll be here for you Hackensack Hackensack von Fountains of Wayne Wunderschöner Song Und Hackensack ist Direkt neben Tineck Wo ich aufgewachsen bin Von daher ein besonderer Ort für mich Und zum Beispiel meine Eltern Haben früher im Hackensack Oritani Tennis Club Gespielt Und da war ich als kleines Kind Immer ganz ganz viel Außerdem gab es den besten Sportladen In Hackensack, New Jersey Da habe ich alle meine T-Shirts So ähnlich wie das hier Football T-Shirts Gekauft In Hackensack Und es ist wirklich keine wahnsinnig Große, wichtige Stadt Obwohl man muss sagen Relic Records Kommt aus Hackensack Und auf Relic Records Sind damals Ganz ganz viele Der allerersten Rap-Platten erschienen Es gab da in Hackensack, New Jersey Ein Tonstudio Wo ganz viele Der wirklich wichtigsten Ersten Rap-Stücke Ich glaube sogar Rapper's Delight Von Sugarhill Gang Wurde in Hackensack, New Jersey Aufgenommen Obwohl ich möchte mich nicht 100% darauf versteigen Vielleicht kann jemand gleich mal Bei Chat-GPT gucken Dann wissen wir es genau Aber ich denke Das könnte gut gewesen sein Und in Hackensack War eine riesige Rap-Szene damals Aber eben dieses wunderschöne Stück Von Fountains of Wayne Mit dem großartigen Liedsänger Und Songschreiber Adam Schlesinger Der leider 2020 An Covid gestorben ist Großartiger Songschreiber Und hat auch ganz viel Mit meinem Sehr geschätzten Mike Viola Zusammengearbeitet Also absolut spitze Ich kann jedem nur empfehlen Sich mal die ganzen Fountains of Wayne Platten anzuhören Okay, da wir aber gerade Bei Covers Waren Covers 5 Ein Stück, was auch auf der Covers 5 Auch drauf ist Habe ich auch nochmal remixed Und Hat nicht unbedingt was mit Hackensack zu tun Aber New Jersey auf jeden Fall Denn Das ist ein Bruce Springsteen Song Und handelt auch von einer Stadt Bisschen weiter im Süden New Jersey Atlantic City Atlantic City ist so ein bisschen so das Las Vegas Seaside Resort Von New Jersey Hat so ein bisschen was Immer was heruntergekommenes gehabt Aber immer eine tolle Musikszene Und Atlantic City Das Stück heißt Atlantic City Von Bruce Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Apropos Bruce, ich bin jetzt, ich bin Audible-Hörer geworden zu Hörbüchern und es gibt ja diese tolle, tolle Biografie, Autobiografie von Bruce Springsteen, Born to Run, habe ich natürlich auch als Buch, aber ich habe es mir jetzt gerade als Hörbuch auch geholt und das ist, ich meine, was gibt es Besseres? Es geht stundenlang, Bruce erzählt von seinem Leben und er liest es ja auch selber vor, das ist so, als ob man immer Bruce so dabei hat. Also ich höre wahnsinnig viel derzeit zu Hörbücher, ist total egal, habe ich vorher noch nie so gemacht. Wenn dieser Typ mal eine Biografie, Autobiografie schreiben sollte oder vielleicht hat er es schon, vielleicht muss ich mir das mal anschauen, John Mellencamp, dann werde ich es mir auf jeden Fall auch hören, großer Held von mir. John Mellencamp, damals noch John Cougar, Hurt So Good war der Titel, den wir alle in der Highschool gehört haben und ich habe ihn auch gesungen mit meiner Band, Nicky and the Dead Beats, 1982, 83, überall in New Jersey in den ganzen Pinten. Hurt So Good, Come on Baby, make it hurt so good. Muss ich vielleicht auch nochmal covern. Aber ich habe letzten Monat ein Stück von John Mellencamp gecovert, dieses Stück ist wunderschön natürlich. Longest Days. Und auch das ist auf der Covers Five mit drauf. Und ich habe mir gerade überlegt, ich werde vielleicht für die nächste Saturday, also Samstag Songs, Saturday Songs Ausgabe, vielleicht machen wir die hier am 6.1., habe ich mir niedergeschrieben, weil dann würde ich nämlich gleich sozusagen ein Official Release Livestream machen, weil ihr seid ja die treuesten da draußen und wenn jemand diese Platte sozusagen als Erster haben sollte, dann seid ihr das natürlich. Und vielleicht kann ich dann ja einfach die mitbringen und dann spiele ich, ich werde versuchen wirklich alle 13 Songs auf dieser Covers Platte sozusagen live zu spielen. Und dann gibt es auch direkt hier im Livestream können, könnt ihr auch direkt die Platte, also die Platte, die CD, die handgemachte CD sozusagen. Noch ein bisschen Bastelarbeit vor mir. Aber dann könnt ihr die auf jeden Fall auch kaufen. Also nächstes Mal Super Special Covers Five Release Show Extra Vaganza. Ich muss da ein bisschen proben. Aber, oh ja. Ja, ja, schreibt die Meute. Okay, machen wir so, ne? Also ich denke, 6.1. ist auch schon mal ein ganz guter Termin. Ich gucke mir das morgen nochmal an. Aber das könnte der Termin sein. Trotzdem spiele ich jetzt nochmal dir Stück. Wie gesagt, von John Mellencamp, Longest Days. Seems like once upon a time ago. I was where I was supposed to be. My vision was clear and my heart was true and my heart was too. There was no end to what I was supposed to be. My vision was true and my heart was too. There was no end to what I was supposed to be. I walked like a dream. I walked like a hero into the setting sun. Everyone called out my name. Death to me was just a mystery. I was too busy raising up Cain. But nothing lasts forever. Your best efforts don't always pay. Sometimes you get sick and you don't get better. That's when life is short. Even in its longest days. So you pretend not to notice. So you pretend not to notice. How everything around here has changed. The friends you had and the things where you've been. Where you keep on acting the same. But deep down in your soul. You got no flame. But deep down in your soul. You got no flame. And who knows which way to go. Life is short. Even in its longest days. All I got here is a rearview mirror. Reflections of where I've been. So you tell yourself. I'll be back on top someday. Yes I will. But you know there's nothing. Or I'll be back on top someday. But I'll be back on top someday. Hindi pencil up here. If you try remember. We'll be back on top someday. Even in its longest days Life is short Even in its longest days Life is short Even in its longest days Longest days, John Mellencamp Dirk Jäger schreibt Gänsehaut Alright, so soll es sein Noch ein Spekulatius Ich hoffe, es geht euch gut da draußen Ich hoffe, das klingt auch alles gut Und heute mal in schwarz-weiß Winterlicher Style Ah, guck mal, hier ist mein Buch-Tipp Jeff Tweedy Sänger von Wilco World within a Song Music that changed my life And life that changed my music Ich glaube, auch die deutsche Version Ist wahrscheinlich jetzt auch schon draußen Würde ich mal hoffen Weil manchmal denkt man ja Man ist total irre Weil für mich ist wirklich Musik Einfach Songs Nach wie vor Ich meine, ich bin jetzt 59 Mein ganzes Leben mache ich Mir scheint schon ein Song nach dem anderen Und es gibt nichts Wichtigeres Als neue Platten zu hören Und Songs von anderen Menschen Zu studieren Und wirklich, wenn es gute, ernst gemalte Songs sind Es gibt einfach nichts Besseres Es hat mir schon so viel weitergeholfen In meinem Leben und tut es auch nach wie vor Und manchmal denkt man irgendwie da draußen Das Leben geht weiter Alle Menschen machen irgendwie ordentliche Dinge Und was mache ich hier eigentlich Und warum ist mir das eigentlich so wichtig Und da kommt so ein Buch natürlich Genau richtig Weil man weiß, man ist nicht ganz alleine Das ist ein wunderschönes Buch Und jedes Kapitel handelt sozusagen von einem Song Der irgendwie sein Leben verändert hat Oder mitbestimmt hat Oder begleitet hat Und warum der so wichtig ist Und nicht nur coole Songs Sondern alle möglichen einfach Songs Denn manchmal sind es Einfach auch Nicht ganz so coole Songs Die einfach aus irgendeinem Grunde wahnsinnig wichtig sind Zum Beispiel bei mir war es ja Die Bass City Rollers Ganz, ganz große Gruppe Für mich Damals So als Zwölfjähriger Musikgeschichtlich gesehen Ist das jetzt nicht die coolste Gruppe aller Zeiten Aber das ist auch irgendwie egal Die waren einfach geil Haben mir weitergeholfen Bye Bye Baby Und so Und das ist ein wirklich tolles Buch Kann ich sehr empfehlen So Jetzt spiele ich noch einen Titel Auch von der Ist das von der Between Wake and Sleep Ich glaube auch von der Between Wake and Sleep Platte Me and Kirstie Übrigens Ich erzähle viel zu viel eigentlich heute Erzähle ich viel zu viel? Ich weiß nicht Aber Ist auch egal Aber da müsst ihr durch Deswegen gibt es da Saturday Songs Sodass ich einfach viel quatschen kann Genau Weil ich habe die Die neuen Songs Also Abgesehen von dieser Covers Platte Die jetzt rauskommt Nächstes Jahr Wird es natürlich wieder Eine neue Platte von mir geben Mit neuen Songs Es wird noch ein bisschen dauern Weil ich bin gerade so am Arbeiten Aber ich habe gestern So ein paar der Demos gehört Und dachte Hm Ich glaube das ist eine Me and Kirstie die Platte Ich weiß auch nicht warum Aber Hat sich so angefühlt Also Vielleicht The Return Of me and Cassidy Maybe Letzte Platte war Appearances 2012 Also es wären dann Zwölf Jahre Warum nicht? Okay Hier ist auf jeden Fall Ein Stück von Der Between Wake and Sleep Platte Someone to take me home Ich muss das mal ordentlich stimmen Das ist ja Wahnsinn Irgendwie diese Gitarre Ich glaube das ist ja Die Winterluft Die Winterluft macht was Mit meinen Gitarren Dass die irgendwie nicht so richtig Gestimmt sind Ist das okay? Okay Okay ich glaube das geht I've been wasting too much time Leaving my soul too far behind Taking too many pills Taking too many pills Till I feel fine Trading neon for sunshine So all of your good times have faded away All you're running in the rain won't get me any closer to you But what can I do when all I need is someone to take me home All I need is time to take it slow All we need is someone to take us home Yeah I will make it through this crowd Nothing's gone to get me down Cause they can't hit us where it hurts Cause what they're selling's not a penny's worth They're just wasting their time So all of your good times have faded away All you're running in the rain It's time to up and start again It's time to up and start again Cause all I need is someone to take me home All I need is time to take it slow All we need is someone to take us home All we need is someone to take us home Cause all I need is someone to take us home All I need is someone to take us home All I need is someone to take us home All I need is time to take it slow All I need is someone to take us home All I need is someone to take us home All I need is someone to take us home Mixing me to see All I need is someone to take us home I need people to take us home I need my memory I need to take us home That is one day Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Like a hometown losing crowd, flying free like cannonballs So let them say the world spins round to take us unawares Drag us down, then leave us lost, broke beyond repair We'll see them eat their words as we dance like Fred Astaire 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 Okay, Fred Astaire Okay, auch von dem Appearances Album Ah, kann ich auch noch eins von spielen The Last Troubadour So, lass mal lesen hier Tina Dico singt über die Songs, die das Leben prägen Might be the only thing in life you can keep That's true That's true Kipling schreibt, was ist mit der Live-CD zur J-Days-Tour? Vollkommen richtig, genau Carsten Carsten hat ja den Sound gemacht Carsten Böttcher Hat uns alle Konzerte mitgeschnitten Wow Viel Musik Und die liegen jetzt auf der J-Days-Dropbox Und wir haben jetzt abgemacht, dass jeder von uns Weil das sind irgendwie 20 Stunden Musik Wer soll denn das alles durchhören? Das ist ja der absolute Wahnsinn Wir haben jetzt abgemacht, dass wir teilen uns das auf Jeder hat so 5 Songs oder so Und er muss jede Version durchhören Und dann letztendlich aufschreiben, was ist die beste Version Und dann suchen wir die besten Versionen aus So, von den Abenden Und dann ist eigentlich der Plan, dass Carsten das mixt Und dass wir nicht nur eine CD machen, sondern Uh, haltet euch fest Eine Doppel-Vinyl Uh Doppel-Vinyl Wahnsinn Kleine Fan-Auflage Also richtig schick Ich finde, wenn man es schon macht Dann muss man es irgendwie richtig Sinnvoll machen Und das ist ja jetzt keine Platte, die wir jetzt auf Spotify und überall so Offiziell Das ist ja eher so ein Wirklich so ein Fan-Ding Aber ich habe schon mal in ein paar Aufnahmen reingehört Das ist schon ganz geil, muss ich sagen Also wird auf jeden Fall schick Kann auch ein bisschen dauern, weil wir müssen das alles durchhören Und dann muss es gemixt werden Und ihr alle wisst ja, wie schwierig es heutzutage geworden ist Noch überhaupt Vinylplatten gepresst zu bekommen Aber irgendwie hätte ich das gerne auf Vinyl Zweifach Vinyl Ich meine, das wäre doch echt fett, oder? Ich weiß nicht Könnt ihr ja mal reinschreiben in die Comments Interesse? Vinyl? J-Days? Beauty and Broken Tour 2023? Live? Naja Während ihr überlegt, spiele ich mal meinen nächsten Song Mein Signature Song, wenn ich so als Alleinunterhalter unterwegs bin The Last Troubadour He's on his way out Travelin' light Aint got no money Ain't got no money But that's alright Catch a songbird To soothe your mind Got all the right words To match these chords Subtle metaphors Cause he is the last Troubadour La 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 Through his travels Far and wide So many people They just pass him by Cause this bird's for singing And for flying high And these folks get restless Never satisfied So he's at the backstage door Cause he is the last Troubadour Yes he is Oh yes he is La 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 Girl this world It's all gone wrong What's left of us Without a song Cause he's on his way out Travelin' light Ain't got no worries So he'll be alright Somewhere out there Somewhere out there Somewhere out there Here walks the last Troubadour La 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 The last Troubadour The last Troubadour Okay CD muss auch sein Fürs Auto Fürs Auto Ich dachte, ich hätte noch den letzten Wagen abbekommen, der überhaupt mal einen CD-Player hat Ich denke immer irgendwie die CD Ich meine, ich liebe ja CDs Aber irgendwie Habe ich so das Gefühl, langsam CDs Meisten Leute haben überhaupt keine Abspielplätze mehr, um das überhaupt noch irgendwo abzuspielen Ich weiß nicht Wir müssen mal schauen Was schreiben wir? Was für eine Frage? Na klar, ja Vinyl, definitiv Vinylinteresse Wo soll ich unterschreiben? Muss noch gar nichts machen, aber Genau, dann Wir machen das mal Mal gucken Vielleicht auch CD Aber es ist einfach sowieso so Alles so teuer in der Herstellung, Leute Ihr könnt euch das also nicht vorstellen Wir müssen uns wahrscheinlich entscheiden Ich spreche das natürlich nochmal mit der Band durch Weil Bei den J-Days Kann ich ja nicht wie hier einfach alleine entscheiden Da muss ich ja diese Durch die scheiß Basis-Demokratie Mich durchkämpfen Aber ist auch okay Hat auch was Ah ja, Vinyl mit CD, ne? Klar Das wär's natürlich Schön Vinyl Mit noch einer CD Und noch einer Packung Kagan Dazs Cookies & Cream Wird auch noch mitgeliefert Wir schauen mal Ich halte euch auf dem Laufenden Erstmal müssen wir uns durch 20 Stunden Musik durchhören Unter anderem auch eine gute Version von diesem nächsten Song finden Dem Titelsong von unserem letzten Album Beauty & Broke Beauty & Broke Beauty & Broke Well I can see for myself I had everything I held all the cards So I stood tall, I stood blind, I was underground But now we hide in the dark and we drift around I'll talk because I can We're fast asleep for the sound for the overtime It's free of charge till it ain't and the doors are closed You'll need to stay outside Throw the lights on the freeway till the money's gone I won't ask, I don't want too much There's a sense, there's a beauty in broken As we tear down these crowded rooms There's a spark, there's a beauty in broken So count your friends, count the times As you sleep alone in the dead of night You'll know it's real, you'll know the deal When there's no one home I could have sworn I was gone, I was out of here But we can never really leave We're better off to untimem while we disappear I won't ask, I don't want too much There's a sense, there's a beauty in broken As we tear down these crowded rooms There's a spark, there's a beauty in broken There's a sense, there's a beauty in broken There's a spark There's a beauty In broken Yes there's a sense There's a beauty In broken Yes So, was Funktioniert heute irgendwie nicht? Funktioniert irgendwie nicht? Achso, Pizza und Pints. Genau, ich frage mich auch langsam, kauft mir keiner mal eine Pizza? Normalerweise habe ich um diese Uhrzeit schon irgendwie acht Pizzen, virtuelle Pizzen gegessen und drei Whisky getrunken und diverse Biere und alles mögliche. Was na los? Übrigens, vielen, vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben auf meine Anfrage an einem VHS-Rekorder. Ich hatte ja bei Facebook und Insta mal rumgefragt, weil ich, vielleicht ist es einigen schon aufgefallen, ich habe meine, ich gehe gerade alle meine alten VHS-Kassetten durch und da ist eine Menge merkwürdiges Zeug drauf und, ähm, aber irgendwie meine ganzen Videorekorder sind irgendwie alle, natürlich, die liegen alle seit 25 Jahren irgendwie verstaubend in der Ecke und, ähm, funktionieren irgendwie nicht mehr so richtig. und hatte gefragt, ob jemand noch einen VHS-Rekorder irgendwie rumstehen hat und vielleicht nicht mehr braucht und so viele Leute haben sich gemeldet und ich möchte mich echt bedanken und jetzt, ähm, jetzt kann es weitergehen, jetzt werde ich auf jeden Fall noch weitere, ähm, Videos digitalisieren, mal sehen, was ich alles noch so finde. Ähm, aber da sind schon ein paar ganz lustige Sachen da drauf, ähm, zum Beispiel diese merkwürdige Weihnachtsgeschichte da, wie so ein Stummfilm gedreht, was war das, auf Viva oder so, könnt ihr auch mal schauen auf, auf, auf YouTube und, und natürlich von unserem, ähm, 88er Konzert im Docks, ähm, das war auch mit Love and Money damals zusammen, absolut live, moderiert von Alan Banks, genau, davon habe ich auch ein paar Sachen hochgestellt. Okay, Freunde, ich spiele jetzt noch einen Titel und dann heißt es auch schon wieder Abschied nehmen. Ähm, aber wir sehen und hören uns ja bald wieder, ähm, am 15. glaube ich, oder? Wann habe ich, genau, Sounds Like Dirk, meine Radiosendung, am 15.12. bin ich wieder bei Radio Bremen 2 zu hören, Link findet ihr wie üblich, ähm, ja, auf meiner Website. und ich glaube, ähm, 6.1., ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht hier genau reingeguckt, passt das irgendwie, 6.1., ist das gut oder sind da irgendwelche Wahnsinnsfeiertage, wo alle Menschen auf den Skipisten sind oder so, keine Ahnung, von denen ich nichts weiß, aber könnt ihr ja auch mal, auf jeden Fall auch mal hinterlassen, ob das, sonst würde ich das am 6.1. vielleicht einfach mal anberaumen, die nächste Saturday Songs und dann gibt es den Covers, Covers 5, super special. Also, ähm, schön, dass ihr alle dabei wart heute mal wieder und ich sing jetzt noch einen Song und dann We Call It A Day, weil Lola, die will auch langsam mal hier aus diesem Zimmer raus. Tonight I'll let these old records wash all over me And think back on all the ways we used to make believe For the future is here And that is that And what we lost on our way here We just can't get back Cause with all the world on fire Could you ever find me again For all the difference it makes Oh, brace yourself It just depends On all the shots we took Frightened by the sound Of our own voices And the souls we lost 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 So tell all your fine friends Will be leaving home They're shuffling people around Saying you don't belong You don't belong Busy facing empty spaces Up like baseball cards Remaining truly unimpressed With your life on Mars Cause with all the world Closed down Could you ever find me again Could you ever find me again For all the difference it makes Oh, brace yourself It just depends On all the shots we took Frightened by the sound Frightened by the sound Of our own voices And the souls we lost 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 Aus Danke für's Einschalten Schöne, dass ihr dabei wart Und, ähm Ja, falls wir uns nicht mehr sehen Und hören Wünsche ich euch allen Schöne Weihnachten Und tolle Feiertage Passt gut auf Auf euch auch Auf Passt gut auf euch auf Und, ähm Alle, die ihr lieb habt Haltet sie ganz nah Okay. bis zum nächsten mal vielen dank fürs einschalten es war mir wieder meine freude und wie gesagt wir hören voneinander bis ganz ganz bald dankeschön bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal